UNTERTITELUNG Haben Sie vor, länger hier zu sein? Mr. Bennet, die ideale Lösung für einen Parkplatz außerhalb der Straße. Wir sprachen gerade davon, wie dankbar sie Ihnen sein wird. Ja. Ich soll den Werner in Ihrer Auffahrt aufstellen? Nur so lange, bis Sie wieder klar sehen. Fröhliche Weihnachten. Gib her. Mach die Tür zu, ich bin eine beschäftigte Frau. Ich habe einen Preis für das Malen erhalten. Aber sie ist ganz klumpig, Sie müssen umrühren. Ich weiß, ich hab umgerührt, nur es... Mir ist Madeira-Kuchen reingefallen. Jackson Pollock selbst hätte es nicht besser machen können. Hätten Sie Lust, mich die Straße hinaufzurollen? Offen gesagt gar nicht. Vorsicht! Sie sehen heute besonders hübsch aus, meine Süße. Nenn mich nicht, meine Süße. Ich bin eine todkranke Frau. Irgendwann müssen wir alle gehen, meine Liebe. Möffelt, als wäre sie schon tot. UNTERTITELUNG UNTITELUNG UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF, 2020